Dieser zur Miete angebotene Laden befindet sich in Mönchengladbach. Der Laden entspricht einem gehobenen Standard. Auf einer Gesamtfläche von ca. 150 Quadratmetern weist das Objekt eine Verkaufsfläche von ca. 100 Quadratmetern auf. Das Ladengeschäft wird für monatlich 600 Euro vermietet. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017